Kirmes mit Elisabeth Mark 2017 Kirmes mit Elisabeth Mark 2017 6. bis 8. Oktober, jetzt am Wochenende und verkaufsaufsendem Sonntag in Marburg Hier sehen wir das Schild, Marburger Innenstadt Kirmes Wem wirkt da nicht übel, nur um hinschauen Faszinierende Achterbahn Kirmes direkt mitten in der Stadt mit Elisabeth Mark 2017 Zoom-Wochenende 2017 6., 7., 8. Oktober, einschließlich Sonntag in Marburg Heutzutage Sane und einen Anschl which here we can Kirmesке 3. Oktober, 1, keinen Cat 3. Oktober, lass uns das 영상 richtig rufen So, bis zum nächsten Teil. Dieses Karussell hier nannten wir früher der Musikexpress. Jetzt nennt man das heute Schwittenfahrt. Das war jetzt der Anfang. Jetzt geht's los. Wir drehen die Kiste mal auf in den Glas. Ja, das gehört auch zum belieben Markt. So, dann viel Spaß bei diesem Video und sage bis zum nächsten Mal. Es gibt noch viel zu sehen zum Wochenende zum Elisabethmarkt. Jetzt am Wochenende in Marburg. Mit Verkaufsaufnahme Sonntag und sage bis dahin. Wir sind in der Mitte. Wir sind in der Mitte. Wir sind in der Mitte. Alles klar. Wir drehen mal die Kiste nochmal auf. Jetzt geht's ganz nach oben. Wir legen los hier. Gute Fahrt ins Wochenende. 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 Vielen Dank.